Hallo ihr, ich möchte euch heute ein bisschen was zu der App Snapchat erzählen und euch eine kurze Einweisung in die wichtigsten Funktionen geben. Snapchat gibt es für Android und für iOS und kann auf dem Smartphone oder dem Tablet genutzt werden. So, jetzt öffne ich die App einfach mal. Hier können Fotos und Videos, das sind sogenannte Snaps, aufgenommen und versendet werden. Ich mache jetzt mal ein Foto und tippe dazu den Kreis am unteren Rand des Displays an. Die Besonderheit ist hier bei Snapchat, dass sich die Bilder beim Empfänger nach einer gewissen Zeit selbst zerstören. Das kann man hier einstellen. Nun muss ich nur noch den Empfänger auswählen und das Bild dann wegschicken. So, wie ihr seht, ist das Foto auf meinem anderen Gerät, wenn ich da mal draufklicke, angekommen. Damit ich das Bild sehen kann, wechsle ich zur Ansicht mit den empfangenen Bildern. Und zum Anzeigen muss ich dann den Snap gedrückt halten und wenn der Countdown abgelaufen ist, wird das Bild gelöscht. Aber Achtung, wenn ich nun einen Screenshot erstelle, dann kann ich das Bild auch danach noch anschauen. Also ganz wichtig, verschickt über Snapchat keine intimen oder zu peinlichen Bilder von euch, denn der Empfänger kann die wirklich relativ einfach abspeichern. Das war es eigentlich auch schon. Mehr Infos zu Snapchat findet ihr auch auf unserer Webseite www.handysektor.de Euch noch einen schönen Tag und bis bald.